Oh, guck mal, es ist voller Raum! Oh! Oh, LC! Kein Bock! Ach, auch was solltet? Ja! Oder Lack hat es so gut! Die sind auf 2, eh, 1, 2, ne? Ja. Ich kann mich lecken! Den hab ich nicht mehr lecken! Auf zu lenken, Mann! Leck! Vielleicht lange sich Erde wieder nach vorne, Mensch, mit dir. Die sind auf 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8... Die Gaufhänder mussel. Atlasa ist hier. Ich habe noch ein Plastro, mit dem ich habe. Schlampe. Safe. Doppelspitze. Ja. Ja. Das war ein Hit. Die Gaufhänder mussel. Fotzer, Alter. Hä? What the fuck? Was ist denn mit dir passiert? Hä? Du bist beim... Ich bin nicht auf 1, ich bin auf 3. Du bist bei mir 1. Ich bin nicht der rote Flair, ich bin der grüne. Habe ich gar nicht wahrgenommen, aber ich war ja vor 1. Der Blackstar? Ja, ich gesehen. Jetzt erst mal ein Pilz einsetzen. Sorry, ich will meinen ersten Platz haben. Ich dachte, du bist nicht hinter mir. Ja, schwummi. Habe ich dich genau im Pilzreif rausgebracht? Ja. Das war richtig lecker. Ja. Sobze, Mann. Oh, Mann. Ja, die Items weg. Warum... ...my trick and put? What the fuck? Hä? Welcher Platz bist du? Ich bin jetzt auf 5 wegen Controller-Fails. Ich dachte, das wäre wieder ein Film. Wieso kommt jetzt die Blushel? Danke! Oh, Mann! Danke, du mit dem Stern! Scheiß Haken, Mann. Meine Fresse, Mann. Ich will mal was vernünftiges bekommen. Komm, komm, jetzt mal her. Wuchst du aber nicht geschockt? Nein, ich wurde von alten Wuchsen geschockt. So, jetzt aber, komm. Gold schwingen. Ja, 3 hat noch alles ab. Ich meine, mal wieder groß werden. Komm. Jetzt habe ich eine Blushel gekriegt, eine letzte Box! Mann! Wattenscheiß! Ja, ha. Nee! Oh, nee! Mein Leben war geschlagen. Nice! Keine Box! Ja, die Hände. Ja! 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 Ohohoi! 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 NEIN! Wretcheder geht vorbei! Das feier ich! Toll! Das sagte er und let's go! Das war aber wichtig für ihn. Ja! und sich alle gab gegenseitig dieser pinne sagt mir irgendwas hat ja nicht irgendwo ein wer oder sowas gehabt oh mein gott scheiß screen und wiko wir machen jetzt von dort mich immer auf ich hatte gerade mit dem pilz überholt ich entscheide hier ja nix nach hinten werfen wir nach vorne sonst fahr ich rein ja du bist gerade voll in meine weg reingefahren echt du bist gerade voll in meine weg reingefahren ja geil jetzt kommt eh noch ne blusche kennt man ja warum burscht die mich du bist du bist Dann kommt wahrscheinlich into Quicksync mit dem Dings nicht hinterher, mit dem, mit dem Bitbraid. Dann hat er fixiert, Rebricks. Oh, ich bin unter den Zeh. Oh, ich bin unter den Zeh. Oh, ich bin unter den Zeh. Tschüss, ich bin unter den Zeh. Tschüss, bis morgen. Baba. Ich werde es damit nicht so gut schieben. Oh, ich spreche gerade auch. Ich wollte vom Pest, oder? Ah ja. Ich glaube, ich tausche jedes Symbol mit dem Punkt. Ach, nun war es das, der dir zu lange macht. Du musst wissen. Mach mal Pino. Schaff mal Pino von Hals, bitte. Ich bin auch nicht ganz selber. Ja, ja. Ja, der Power war scheiße, aber richtig scheiße. Das kann ich denn nicht wissen. Könnte jetzt auch sein, ich habe no meaning of code. Okay. Freut dich, deine Ruinshell, die da rum lag, hat dich abgekriegt. Und wir runtergeflogen. Ich habe mich lieber für Pein gefreut. Ich habe ein Böhmchen. Ich habe ein Böhmchen. Rolto Ball, los. Auf Pacherizo. Explosion. Warte mal, wer hinter mir ist. Warte mal, wer hinter mir ist. Hä, wo ist der? Wer ist der von? Ich habe tatsächlich immer noch nicht gedacht. Ach so, der ist, ah ok. Der hat einen Punkt genau 3 ausgelöst. Ja, what the heck. Warum fährt der... Warte. Hallo. Was habe ich da gerade gemacht? Ich habe mich gegen eine Banane geschreut und die hat mich da unterbefeuert. Ich habe doch gesagt, die Strecke ist scheiße. Ich habe doch gesagt, die Strecke ist scheiße. Du bist 2, ne? Ich bin aber auf 3. Hä? Ich bin auf 3. Warte, aber du leckst. Was ist denn los mit dir? Nein! Ja, und ich kriege den Boost nicht, ey. Leck, komm hier. Ich mache eine Pause. Ich leck nicht. Hä? Warte mal, du hast gesagt, ich bin noch auf 3, oder? Hä? Hä? Ja, ich war vorhin 3, dann bin ich runtergefahren. Aber was bist du jetzt geendet? Ich bin jetzt 4. Du bist aber wie 7? Alter, was ist los bei dir? Vielleicht ist der Raum gerade Mist.